Ich bin Samson. Wer bist du? Samson, der Sohn des Heras. Der Mann hat übernatürliche Kräfte. Du bist ein Schützling der Götter. Elia hat gesehen, wie er am Oster einen Felsblock hochstemmte, den 50 Sklaven nicht halten konnten. Jetzt ist es auch mit dir, Samson! Hilf uns, Samson! Hilf uns, du bist doch der letzte Hoffnung. Hilf uns, Samson! Unmöglich, das schafft er nie. Warte ab, Samson hat übernatürliche Kräfte. Ihr Götter, gebt meinen Armen Kraft, damit wir siegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017